Hallo Filmfriggats und schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Filmradio. Ted Post war der Regisseur vom zweiten Teil der Planet der Affen-Reihe. Von dem Film war ich nun ja nicht unbedingt der größte Fan, doch er hat sich auch an einem, in Anführungsstrichen, Italo-Western rangewagt. Und da konnte ich als Fan natürlich gar nicht anders und hab ihn mir dann doch mal angeschaut. Hängt ihn höher. Das Filmradio mit Dante In dem Western hängt ihn höher. Aus dem Jahr 1968 spielt Clint Eastwood einen ehemaligen Sheriff. Der hat sich gerade eine Rinderherde gekauft, doch eine Bande von neun Männern bezweifelt die Echtheit des Kaufbelegs, des Kassenbons, der Kaufurkunde und hängt ihn deswegen auf. Wie durch ein Wunder überlebt Eastwood und macht sich nun auf die Suche nach den Männern. Es sind schon einige Merkmale des Italo-Westerns vorhanden. Einen kurzen Überblick bekommt ihr in der Videobeschreibung. Dennoch ist es mir zu sehr auf Hochglanz poliert und Clint Eastwood hält sich dann auch zu sehr an das Gesetz, was halt doch schon einiges aus dem Italo-Western-Genre nimmt. Vieles ist irgendwie auch halbherzig gemacht. Hängt ihn höher, ist daher auch eher eine Mischung aus dem Western und dem Italo-Western. Kann sich nicht richtig entscheiden und das hat mich gestört. Der Rest ist eigentlich soweit ganz gut. Die Darsteller liefern, der Soundtrack ist in Ordnung, das Intro mit der roten Schrift ist richtig klasse. Die Frage, wer darf über Leben und Tod entscheiden, wird gut behandelt. Die ersten 30 bis 40 Minuten sind toll, doch dann springt der Film für mich zu sehr zwischen Italo- und US-Western. Zwei Genre-Arten, die sich meiner Meinung nach nicht wirklich verbinden lassen. Dann gibt es auch noch diese dubiose Liebesgeschichte, die auch nicht voll ausgereizt wird. Also, ne, das war für mich nichts. Hängt ihn höher, fehlt meiner Meinung nach die Konsequenz in so ziemlich allen Belangen. Hängt ihn höher, dauert 114 Minuten und ist auf IMDb mit 7,0 bewertet. Ich gehe dann doch tiefer und vergebe 63 Punkte. Wie sieht es bei euch aus? Wie fandet ihr den Film? Lassen sich diese beiden Western-Typen überhaupt unter einen Hut bringen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Naja, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder und bis dahin sage ich...